Ich raste hier komplett aus. Nicht nur ein bisschen, komplett. Wurde das rauskamen, ja? Da hast du wieder allen 8- bis 11-Jährigen sofort der Schlüpfer zu hängen. Da kündigen die ein neues Five Nights at Freddy's Game an. Halt deinen Maul. Ich fand auch, die Auswahl bis jetzt war relativ bescheiden. Dann machen die das für Playstation VR. Playstation VR! Raste nicht nur ein bisschen aus. Ah, dann wird es wohl Zeit, dass mir irgendwer pünktlich zu Ostern so eine Playstation und dann Weihnachtsbaum knallt. Und Controller und Monitor und die Aufnahmetechnik und neues Arbeitszimmer. Weil ich das gerne möchte, dass mich Teddys und Häschen anschreien. So als 27-jähriger Mann. Und ihr wisst doch, wie sehr ich das liebe Lichtschalter an- und auszustellen und Türen zu schließen. In VR! Es ist dann quasi so, als würden wir... ...wirklich auf den Knopf drücken. Ich raste komplett aus. Mein Schlüpfer ist quasi weg. Der ist weg. Aber ich meine, Leute, davon mal abgesehen, es gibt so viel scheidenbar gute Spiele, die sich doch lohnen, mal angespielt zu werden. Einige davon geben auch gerne zu, dass sie sich haben von FNAF inspirieren lassen. Andere, die genieren sich da so ein bisschen. Aber keine Sorge, Bad Time Blues. Es bleibt unser kleines Geheimnis. Bah, Freddy, die haben das geklaut. Siehst du das? Hol das FBI! ENDANNNNNNNNNNNNNN. Toys down from my grandfather to my father than to me and now it's time to pass it down to my son I remember these dummies always getting me in trouble always causing a fuss but I was young it was probably just a bad dream hell when you're a child your mind plays tricks on you wasn't going to hand them down it's actually gonna be the first to break the tradition my father got sick and I made a promise that I would keep it alive keep it going so now keep my word even if it's an odd request my father made before his death my son getting ready to turn five which is the age that I was whenever I got these toys I just hope you enjoy it with me Teddy von meiner Oma geerbt der stinkt ein bisschen und macht irgendwie nur Probleme und ich habe ein schlechtes Gefühl dabei ich werde ihn aber trotzdem an meinen fünf Jahre alten Sohn vererben was kann schon schief gehen ach Leute ich liebe ja Pixel Horror Games da werden einem immer so schön die Ecken und Kanten dieser Welt vor Augen geführt na dann herzlich willkommen bei Bad Time Blues liebe Freunde es ist ein Augenschmaus so viel kann ich auf jeden Fall schon mal verraten so hier wohnen wir also meine Güte werden wir verhätschelt ey überhaupt keine Waffen, Attrappen, keine leeren Höhlen von diversen CSGO Spielen was bin ich für eine Art von Fünfjähriger bitte oh es ist schon eine Zeit schlafen zu gehen na gut wow erstes Level geschafft man war das ein intensives Erlebnis Leute ich schwitze schon ein bisschen muss ich sagen also ja gehts los ach wir spielen Boogieman ach so fünfundsechzig uhr sechundfünfzig Freunde pünktlich oh Gott ich soll den Wecker ausstellen ja aber ich muss aufstehen und zur Schule oder wie nö nö ich bin heute gesetzlos ich hab auch zwei Taschenlampen Leute hoho ich bin der best ausgestattetste Charakter eines Horror Games der jemals existiert ich mag diese aufregende Soundkulisse Freunde das ist das ist das ist eher so Horror Game ASMR ASMR schlaft ihr schon? ich noch nicht aber gleich vermutlich wenn jetzt nicht irgendwas passiert ja der Affe der hat gut Grinsen da ne ist ja ein Affe ok Snooze 2 wurde aktiviert hi das ist nicht euer Ernst also oh no was ist mit Horror Games passiert? was ist geschehen Alter? aber nicht Unreal Tournament spielen? wie lade ich denn das jetzt wieder auf? oder ist halt mit mir vorbei wenn das alles ich drücke einfach R? dein Ernst? ist da ne Kurbel dran? was für n ach wer von der Schüssel ist das denn? ahaha Leute mir ist langweilig ich brauche jetzt hier Horror Game Ambience Alter ein Spooky Doopy Sound ne davon habe ich jetzt nicht gesprochen meine Güte ahaha grüß dich ahaha also ich bin mir echt nicht sicher ob wir das zweite Level genauso gut hinkriegen pff was bedeutet denn dieses Augensymbol da? oh wait wait oh wait wait wo bin ich? wait what? oh ich bin unter Bett oh oh huch was mache ich da? 2016 wollen die Horror Game zurück sitzen aber noch auf unserem Bett und leuchten Teddys weg das war 2016 schon mal in der Beta hat jetzt ein bisschen länger gedauert bis es rausgekommen ist tja der Hype Trade ist aber ein bisschen abgefahren würde ich sagen abgefahren ist auf jeden Fall dieses Spiel hier nicht irgendwelche Monster hier unter dem Bett sieht irgendwie nicht so aus der hat aber mächtig Angst was ist denn Phase? die blaue Taschenlampe ist für unten? oh hi oh hast du das Schraubenzieher und dann handtick das Burs weg Messergabel Schraubenzieher sind für kleine Teddys nicht oder wie das heißt oh alter das ist das ist der Nervbolzen Simulator der ich mag schlaf sowieso nicht Simulator der ich quengel die ganze Nacht bis meine Eltern wach sind Simulator und mache mächtig den Arsch aber es ist ein glückliches Kind der hat einen schwebenden Ballon in seinem Zimmer ZWEI alter ne das ist Luxus das ist ein bisschen übertrieben das ist jetzt zu viel das wird ein richtig verzogener Bengel wird das zum Glück ist das die Hype Taschenlampe alter schon Darth Vader hat damit die Jünglinge vernichtet glaube ich so ein Ding ist das von dem Fenster vielleicht mal da aus der Kiste klingt dir mal was neues aus überrasch mich doch ich meine es ist halt nicht FNAF man merkt sag ich jetzt mal ich bin noch nicht tot oh verdammt nochmal das hab ich gespookt alter in der Tat nicht schlecht du hast geübt was ist eigentlich mit diesem Teddy da warum mag der mich kannst du nämlich irgendwie mal in der Sprache die er versteht irgendwie sagen dass du mal eine Friedenspfeife rauchen solltest oder sowas in der Art ginge da vielleicht was ich besorte dir auch einen Topf Honig oder was auch immer du willst ich spiel das hier übrigens schon eine Viertelstunde was ist los? das ist mein Leben jetzt ich verdiene damit Geld ich frage mich halt nur was ich dann irgendwann mal in meinen Lebenslauf schreibe womit ich mich so all die Jahre beschäftigt hab ach ich muss schlafen ich spiel ich sitz hier eine Viertelstunde rum alter nichts passiert ich weine gleich meine Güte das Spiel sagt dir alles ne außer wie du es jemals schaffst dieses Game zu beenden oh no und wetten wenn der weggeklingelt dann wache ich halt instant auf das ist doch keine erholsame Ruhepause das ist jetzt hier der spaßige Aspekt dieses Spiels immerhin Freunde ach Gott ach ach warum das auch ein Augensymbol ist und kein Bettsymbol oder sowas in der Art vor allem so lässt sich halt das Level irgendwie in zwei Minuten beenden ey wofür ist denn dieser blöde Alarmknopf äh auch genannt Wecker sorry ich begreif das nicht ist das irgendwie Beschäftigungstherapie der Affe freut sich immer nur ne Banane aus dem Gesicht Alter ich glaub das nicht soo ich muss gleich aufstehen hab bitte richtig ausgeruht gut gemacht du bist eingeschlafen und wurde nicht abgestochen ist das wirklich nur ein schlimmer Traum oh no was ist Leute es geht um den Spaß an der Sache ich mein ich appreciate dieses Spiel ja aber es sucked das ist das was Boogeyman wäre wenn Boogeyman ein schlechtes Game wäre aber Boogeyman ist gut und das ist es nicht und Boogeyman haben wir gespielt warum sollten wir das spielen ich weiß auch nicht Leute also ich bin ich wahrscheinlich der einzige aber das hat mich jetzt nicht so gehuckt was wenn ihr trotzdem Fun hat mit dem Game dann lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben da und Freddy wir müssen doch wieder ein Wirtchen miteinander reden glaub ich so geht das hier nicht weiter so geht das nicht weiter ok wartet Leute Bonus wir starten jetzt hier Chapter 2 dann sehen wir wenigstens was Neues und dann will ich hier mal einen Jumpscare Trigger an und weh der ist gut sonst bin ich emotional so schrecklich verwirrt dass ich mir in den Hosen pinkel oder so suche nach Hinweisen hm ich frag mich wo die an der Tür hängen deine Kackfleckwurst würzen zu zwei Kackwürsten ok was auch immer du sagst warte mal das muss ich einsammeln das ist nämlich äußerst wichtig für meine Existenz äh ja 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 ne ne das sagt mir jetzt mehr ja oh oh no hoho ok ja gut spiel dankeschön hey wir sind nicht in einem anderen Zimmer ich dachte die Umgebung würde sich verändern ich dachte wir ziehen jede Nacht um ok dann offensichtlich nicht wow dieser dieser Hinweis Leute haha ich muss sagen der hat mir die versteckte Lore geliefert haha ok Chapter 2 The Charles Mind in meinem Verstand oh alles klar würde mich jetzt mal bitte ganz schnell jemand besuchen komm ich sterbe sonst vor Langeweile Aufmerksamkeitsdefizit ich bitte euch Teddy lass mich nicht allein ich lass das jetzt klingeln was auch immer passiert ich möchte es erleben ich möchte dass es mein Herz berührt und meine Trommelfelle und eure hi nun komm steig ein hoppa hoppa hier bin ich friss mich doch auf ich bin unschuldig und klein ich habe keine Taschenmappe mehr an der Hand da kommen wir auch von der anderen Seite ich bin flexibel nein 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 das Spiel basiert auf der Motivation das was gerade geschehen ist zu vermeiden warum warum warum